Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind wieder in Geisiger. Für mich ist es heute das sechste Mal. Es wird nie langweilig, egal wie oft wir hier herkommen. Ich zeig mal ein paar Bilder von der anderen. Es sah aber gut aus. Es sah auch gut aus. Hupala! Hupala! Gib doch mal Gas! Richtig! Ja, das gibst du doch in Gas! Gas! Wir haben heute auch wieder ein jenseits Spaß. Und der Film ist ja am Start. Das Wetter ist heute nicht so ganz bombe. Ein bisschen nass, aber besser als zu heiß. Waren wir schon. Und wir gucken mal wie es heute läuft. Hupala! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hinterrad, hinterradbrems, hinterradbrems. Anderer Fuß drauf. Du wirst doch am Balgau fahren können. Das war's für heute. 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 Pause, oder was? Ja. Geil, oder? Voll geil. Die Strecke hebt. Ich... Die Strecke. 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 Bis zum nächsten Mal.